Maschallah, Abu! Wir haben ein paar Sachen zum Grillen mitgebracht. Das ist nicht zum Grillen, das ist für meinen Nudelsalat, den ich machen werde, für uns. Und es wird nicht genascht, es wird erst am Ende gegessen. Okay, wir fahren jetzt los. Wie viel hat das Ding gekostet? Das ist alles zusammen? Ja. 4K? Yo! Ist das auch für Leute wie mich? Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, meinen Führerschein schaffe ich für das Stry, oder? Reinschuchten, reinschuchten. Ach ja, stimmt, das war auch gut. Weißt du, was wir hier überhaupt machen? Abos Nudelsalat machen. So, wir haben hier als kleine Entschädigung zwei Paletten Red Bull für Monte gekauft. Eingekommen, richtig stabil gefahren, Abo-erdig. Dene. Perfekt. Ich habe einen geschenkt für dich. Na, für die Oma? Also, er von Abo. Also, auch von mir, weißt du? Ja, was denn jetzt? Ja, von uns beiden. Das ist jetzt wirklich ein Geschenk für mich, oder? Äh, äh... Machen wir hier reich, danke. Die Firma dankt. Firma. Machen wir hier. Machen wir. Digga, das ist viel zu viel, wir sind vier Personen. Ja, aber gut, du musst auch wirklich ehrlicherweise sagen, dieser Bereich ist nur für Abo. Welches Wort musst du denn sagen? Kann ich jetzt nicht sagen, dann geht er hin. Okay. Ja, ich hab's dann. Fein, Digga. Der arme Bier guckt, Digga, der will mitessen. Hier? Ah, hier. Hier? Warte, ich hab nicht okay gesagt. Ich hab nicht... Er isst das einfach. Okay, noch einmal, aber noch nicht... Nein! Bock, dich vergibst du ihm? Oh, das ist... Untergefallen, Digga. Darf er auch eine Nudel probieren? Dann kann ich ihm nicht sagen, wann das fertig sind. Ey, du noch mehr, der Kleine. When I need you. Uh. Harte Farben noch ein Wasser. Boah, das sind diese einen, die beim Popcorn dabei waren. Boah, Digga. Scheiße. KitKat mit Pudding-Geschmack. Doch, die sind schon geil. Bisschen mit Kilo am Zähn. Digga, warum beendet meine auch immer? Guck mal, wo mich Anbo hingebracht hat. Was ist denn das hier? Ja, ich erzähle euch. Was ist denn das hier? Sei nicht so respektlos in meiner Haut. Da hinten wird Basketball gespielt. Die ziehe ich gleich ab. Und da hinten wird gesprayt. Da vorne wird Skate-Up gefallen. Sieht nicht gut aus, sei ehrlich. Ist chillig hier, ne? Man kann hier chillen. Ja, man kann schon hier chillen. Ist so. Wie kommt man auf die Idee, Digga? Ramadan so schwarz machen? Digga, ich würd grad Arsch geben für Wasser. Ich sag dir ehrlich. Digga, ihr macht Hausaufgaben, was, Yo-Gi-Oh? Ihr habt noch Schule? Ja, Digga. Ich dachte, ihr spielt Yo-Gi-Oh? Nein, ich mach Schule nicht, Digga. Warum macht ihr das jetzt? Das ist so geil, ne? Ich dachte, ihr spielt Yo-Gi-Oh? Ich hätt euch abgezogen. Haben die noch Schule? Ja. Bis 16? Damals? Ich hab das noch vor ne Woche gespielt. Hat einer nen leeren Blatt? Ich zeig euch, was das Wichtigste in der Schule ist. Zeig hier. Ist das ein Lami-Füller? Digga, der Mann ist reich, sag dir ehrlich. Ah, dieses S. Nein! Was? Nein! Mach erst mal ein N. Erst mal ein N. Na ja, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Was, 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 was? Nein, 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 nein. Na, na, holler, holler. Digga, was ist das für ein Kaffee? Entschuldigung, ey. Ey Jungs! Wollt ihr noch jemanden grüßen? Achso, die hör mich gar nicht. Ey Jungs! Ich bin grad in der Boof. Check am Recorden. Album kommt bald. Digga, Abu ist so verloren. Er schreibt einfach Pesoboss an. Yo, Justin, alles klar. Digga, was hast du da geschrieben? Sag mal, hat du auch Sachen in XXL? Boah! Das ist brutal. Ess das nicht. Mach das für dich. Auf jeden Fall waren wir grad richtig fett essen. Sag ehrlich, also mein Bauch ist... Oranisches Essen. Mein Bauch ist gut. Bei dem Bruder Red Lion. Shoutouts nochmal an Red Lion. Für das Paradies. Breitenberg sagt mir letztes Mal so, ey Bruder Abu, ja lass Hamburg sowas machen und so. Ich hab ne Tänzerin eingeladen, aber Bruder nicht so wie du jetzt denkst, ne? Sondern so professionelle Tänzerin halt. So sie tanzt halt professionell an der Stange und so. Ach so, das ist ja was anderes. Ja, ja. Professionell. Bruder, ich sag zu ihnen, ach nur an der Stange, professionell? Ja Bruder, dann kann ich ja kommen. Ey das Ding aber... Er sagt so, ja Bruder. Ich sag, Bruder, was soll ich denn da, Bruder? Ich bin verhandelt mit fünf Kindern, ich guck mir zu wie eine Frau an der Stange tanzt oder was? Der Typ hat komplett kontrolliert, weil ich dein Leben verloren. Danach hat er mir Bilder von ihr geschickt und hat gesagt, Bruder komm, vertrau mir dieses Geil hin und so. Ganz ehrlich. Vertrau mir. Ich dachte, ich bin dein Bruder und teile einfach ein bisschen. Sie tanzt an der Stange, er sitzt links von mir. Bruder, teile deinen Döner mit mir, aber doch keine Frau an der Stange. Ich dachte, vielleicht ist nicht Haram, weißt du, weil... Weißt du, wie ich gefragt habe? Rein hypothetisch Abo. Ja, ja. Er meinte rein hypothetisch. Junge, ja, 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 ja. Schutze Fisch. Und YouTube kriegst du die beste GPM. Ach so, soll ich das nur kurz halten für dich, Red? Ach so, ja. Halt mal kurz. Okay. Und er ist ein Tritt von der Mampel. Bitte, guck mal unser Hotel an, wo wir gleich einchecken werden. Ist einer auf den hier. Hier mal reingegangen. Und das Geile ist doch, was da drin ist, Bruder. Einfach Instant Nudeln. Wir haben uns einfach kein Check-In gegeben. Bruder, wir schlafen gleich im Auto. Digga, ist mir scheißegal. Wie kann es denn überhaupt sein, dass man nur mit Kreditkarte wieder bezahlen kann? Das ist wieder dumm. Das ist wieder eine Lücke in der Gesellschaft. Hallo? Oh, nicht den Hallo. Hallo? Hallo? Wo sind wir hier? Oh, nee, Digga. Bin ich umsonst diese Treppenstation gegangen? Äh, Treppen ist gegangen. Keine Bock mehr, Robert. Ja, Junge, hör auf Digga. Hör auf. Hör auf. Bruder, 22 Stockwerke, Digga. Abo, bitte. Das fehlt ihm alle ja auch. Hör auf, hör auf. Schuss, bitte. Nein, nein, nein. Oh, wunderschön. Oh mein Gott, Digga. What? Die Mülltüte darf natürlich nicht fehlen. Was fehlt hier? In diesem wunderschönen Bett. Herzen. Was gehört? Die Mülltüte darf nichtց. Die Mülltüte darf nicht. Ne, aber darum, dass der Mülltüte darf nicht mehr. Was ist das? Das ist das, was der Mülltüte darf nicht? Was ist das? Das ist das, was der Mülltüte darf nicht vor Ort. Das ist der Mülltüte. Was ist das? Das Ding hat mich gekehlt. Wie raust du das? Ich kann nicht mehr. Ich bin scheiß drauf. Warum hast du kein Auto? Werkstatt, ich bin gegen Stange gefahren. Ganz ehrlich, finde ich überhaupt nicht lustig. Es gibt auch Grenzen irgendwo. Es gibt auch irgendwo gute Grenzen. Was will der Wechsel? Wenn du jetzt da rüber gehst und ihre Nummer klärst, kriegst du einen Pupi von mir. Kein Interesse, verbiss dich, du Spar. Echt jetzt? Voila! Genau so. Ich hab gesagt, du siehst trotzdem schön aus, hast schöne Augen, ich wünsch dir was. Was verstehst du nicht an kein Interesse? Aus dem Airbnb eine Trap. Ich war mit dem 440 Babys abhängen. Am Auto vier Ringe, das Auto auch Black, auch Black. Ich lade zu ihr und sie nehmt mich Bruce Wayne.